Ja, dass du das Chaos beseitigst. Kann eigentlich nur eine Geisel sein mir. Nein, das kann doch mein Träter sein. Weil die Geisel-Mission ist ja schon geshattert. Stimmt. Also ich denke nicht, dass die Geisel leider zu zählt. Ja. Aha. Aber ich habe zum Beispiel auch noch nie im ersten Durchgang. Aber da redet du ja. Draußen beim Fenster, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das draußen war. Bitte? Ich weiß nicht, ob das draußen war. Get down, I wanna see hands! Ja, der ist draußen da war. Jetzt war ich auch zu offen. Seiße! Jetzt habe ich nicht genau, was ich machen soll. Rausgehen? Ja. Ich war ja gleich auf der Seite, wo du da warst, rausgegangen. Stimmt und dann immer umrunden. Sonst war es ja sehr, sehr schön von dir. Ach, jetzt am Schluss war ich nicht zufrieden. Machen wir bitte ein kurzes Päusler und ich muss noch gute Nacht sagen gehen. Ja, ich komme gleich wieder. Und ich glaube, ich bin rausgegangen, oder? Jetzt weiß ich nicht, wo du rausgegangen bist, oder? Jetzt weiß ich nicht, wo du rausgegangen bist, oder? Ah nein, ich bin nicht rausgegangen. Aber jetzt rennt die Zeit vom Einsatz eigentlich auch. Das ist auch blöd, oder? Jetzt müssen wir das mal schneller machen. Keine Lagen zum Vorgehen, aber... Ich... Es kann sein, dass ich ein paar Minuten brauche jetzt halt. Komm gleich. Und nicht? Wer nicht will, der hat schon. Element der Talk. We got one fatality. Suspect. Talk to entry team. Roger that entry team. Tag him and keep moving. Let's go. Leger über den Boden. Jetzt muss ich noch an. LFPD. LFPD. Will ich hoffen, dass er alles macht, so. Ohne liegen, wenn wir keine Deckung haben, wenn wir plötzlich langsamer vorgehen, aber ein bisschen da auch innen mitsichern. Erinnere mich zurück zum Dienst. Einen habe ich, ich mache jetzt das andere Office zuerst, dass wir da nicht wieder überrascht werden. Ich bin gespannt, ob ich da noch hinfinde, ich glaube nicht. Das ist natürlich, da muss er nur noch rechts gehen, da muss er noch hinfinden. Nur wieder an? Das ist eine miese Taktik, da hat dich da wirklich schön gesehen durch das Fenster. Was war eine Taktik? Dehn seine Taktik mit dem Fenster, die war schon genial, muss ich sagen. Ich warte an, darfst du dich? Hände auf deine Hände! Geh! Ich will nicht sterben! Bleib hier! Was ist das? Ich werde nicht belegen, Leute. Wo bist denn du? Ich bin drinnen. Ah, du bist schon reingegangen? Okay. Ich bin da in den sozialen und warte extra. Und da geht schon rein. Ich habe sagen, ich bin beim anderen Office, aber ich habe das andere Office gemacht. Jetzt habe ich eben nicht mehr gefunden, jetzt bin ich da rein gebogen. Was findest du denn nicht? Das ist gleich am Anfang rechts daneben. Okay. Ich habe wirklich nicht gefunden jetzt. Das heißt, wo bist du jetzt ungefähr, dass wir uns noch nicht gegenseitig jetzt abschlachten? Ich bin dort reingegangen am Anfang, wo wir am Anfang drinnen waren. Mit den Türen. Mit den Meeren. In den Raum quasi. Wo die Blutspur ist. Zu deinen Türen. Was ist denn, das ist ein Zwischenraum bevor du zu dem Postraum kommst? Ja. Okay. Das war jetzt zu schnell. Ist er tot? Ja. Da habe ich es. Oder alles allein machen wollt. Ich habe jetzt nicht weiß wo. Was auf geht Da warst du schon? Okay Wo ist denn das? Wenn ich Zivilist bin, renne ich nicht so herunter Die alte bewährte Taktik Komm, zeig dich nochmal Oh Look at the party Oh Oh Das ist fast alles drausen Zum Gegenteil, ich kann das an Ich mach das wieder von hinten nach vorne an Läuft Voll Profis im Einsatz Was? Wo bist denn hin? Da ist man hier mal piep Entry team to talk Suspect down Talk to entry team Affirmative entry team Fertig 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 Oh Was fehlt man jetzt noch alles? Aus in Ordnung bringen und das FISCA-Büro Ja und den Agent Adams verhaften Gut, er wird wieder da hinten in dem Büro sein, nehme ich an? Wahrscheinlich Das liegst du, das bist du, oder? Warte, das ist oben Was ist das für Deng? Boah Jetzt habe ich mich so erschrocken Ich wollte gerade sagen, ich gehe nachgeschmissen aufs WC Weil das mache ich noch und dann gehen wir das noch mal ordentlich gemeinsam an Komm gleich Ich wollte es ja gemeinsam ordentlich angehen Ich wollte es ja gemeinsam ordentlich angehen Was ist das für Dengt? Ich habe das für Dengt Was ist das für Dengt? 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 Ich habe das für Dengt? Ich möchte es auch anschauen Ich möchte es auch anschauen Was willst du es anschauen? Das Büro Welches Büro? Dass ich nichts gefunden habe Jetzt wieder Das wäre da draußen nach rechts gewesen Das letzte wo du drin warst Machst du da jetzt schon jetzt? Nein Ich habe es dann zuerst gemacht Dass ich nicht alleine reingehe Achso Sonst hätte ich es wieder zum Schluss gemacht Da habe ich jetzt noch mal alles Gehen wir dann wieder über Weiß nach hinten oder? Ja Ist immer du gegangen bist diesmal Können wir Das glaube ich besser Ja Zu meine Action Also zu verwinkel Machst du da schon? Nein Nein Zu verwinkel nämlich Sonst bin ich in die Falle reingelappt Machst du noch die Falle zu? Die Tür offen davon Ja Habe ich mit dem Kürz? Ja habe ich Das ist ja Wenn du noch weißt noch einen da ne? Hande auf! Drop the weapon! Police! Don't fucking move! Wow Der Agent ist jetzt draußen, der geht aber gerade rein. Können wir hinter dem Ecke mit Deckung suchen dann? Ist er da rechts reingegangen? Ja, hat er die Waffe fallen lassen? Der eine nicht. Wo ist denn da noch einer? Da! Ist ich hin? Schlagern auf die Waffe. Ja. Sichere ich euch den Namen länger auch? Also, sorry, habe ich jetzt schon. Das ist halt schlecht, wenn da jetzt einer von rechts rauskommen wäre, dann wären wir beide tot. Ja, stimmt. Dann muss ich die absichern. Irgendwann schießt die an auf mich. Wer hat den Zivilisten gehört? Tot. Was ist mit den Zivilisten wieder mal nix? Aber das war doch kein Zivilist zuerst. Hat der auf uns geschossen? Nein, aber in dem weißen Hemd war einer davor. Achso. So. Wo bist du jetzt reingegangen? Ja, ganz hinten bei der Rampe. Wenn ich nicht ganz reingegangen bin. Ah, da. Ja. Wenn ich nicht ganz reingegangen bin. Ah, da. Zivilist tot am Boden. Wo ich auch tot am Boden bin. Hast du mir wenigstens? Bitte? Aber du warst gar nicht bei mir schon wieder. Ich habe von oben runter geschaut und habe nicht gesehen. Sorry. Du hast doch nicht gesagt, dass du rauf gehst. Stimmt. Von oben kann man nicht runter schauen. Das soll nicht au sein werden. Ja, so seitlich runter dachte ich mir. Sorry.